Häufige Probleme mit Realm Natso 50 Pro Realm Natso 50 Pro Problem mit hohem Batterieverbrauch So beheben Sie das Problem mit dem Akku des Telefons. Im Falle des Realm Natso 50 Pro erhalten Sie einen erstklassigen Prozessor, der jegliches Multitasking, lange Gaming-Sessions und starke Beanspruchung problemlos und sehr flüssig bewältigt. Leistungshungrige Kerne benötigen eine enorme Menge Batteriesaft, um erstklassige Ergebnisse zu liefern, was letztendlich zu einer schnelleren Batterieentladung führt. Möglicherweise haben Sie dies auch in Ihrer Benutzererfahrung bemerkt, da das Telefon nicht länger als 5 Stunden Bildschirmzeit lebt. Es gibt einige andere Fälle, in denen das Originalladegerät von Realm nicht verwendet wird. Hier ist also eine Möglichkeit, das Problem des schnellen Batterieverbrauchs bei Realm Natso 50 Pro zu beheben. Wie kann man den Akkuverbrauch des Realm Natso 50 Pro schnell beheben? Gehen Sie zu Einstellungen Akku vollständige Gerätnutzung anzeigen, um die Bildschirmzeit zu überprüfen. Deaktivieren Sie die automatische Herrlichkeitsfunktion im Einstellungsmenü. Öffnen Sie Einstellungen Apps Deaktivieren Sie Benachrichtigung über nutzlose Apps Anzeigen. Deaktivieren Sie Wi-Fi, Bluetooth, GPS und mobilen Hotspot. Reduzieren Sie die Bildschirmzeit auf weniger als eine Minute. Suchen Sie nach offiziellen Software-Updates. Überladen Sie das Telefon nicht. Der Bildschirm bleibt hängen und reagiert nicht auf Realm Natso 50 Pro. Beheben Sie das Problem mit dem Telefonbildschirm. Ich habe Realm Natso 50 Pro für eine reibungslose Benutzererfahrung und eine reibungslose Berührungsreaktion gekauft. Aber manchmal werden Sie feststellen, dass der Bildschirm hängen bleibt und sich nach mehreren Wischvorgängen nicht bewegt. Es ist möglich, dass der Bildschirm beschädigt wurde, weshalb Sie auf dem Bildschirm nicht mehr reagieren. Versuchen Sie in diesem Fall, das Produkt zu ersetzen, oder fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn sich das Gerät innerhalb der Garantiezeit befindet. Aber bevor wir uns auf all diese Probleme einlassen, versuchen wir einige Tricks, um das Problem mit der Bildschirmreaktion zu lösen. Wie behebt man, dass Realm Natso 50 Pro immer wieder einfriert? Starten Sie Ihr Telefon einfach mit dem Netzschalter neu. Sie können Ihr Telefon auch im abgesicherten Modus starten. Installieren Sie die Display-Tester-App, um den Bildschirm ordnungsgemäß zu überprüfen. Der letzte Schritt besteht darin, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Realm Natso 50 Pro bleibt beim Startbildschirm hängen. Beheben Sie das Problem mit der Bootschleife des Telefons. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Ihr Telefon auf dem Startbildschirm hängen bleibt. Dies ist wahrscheinlich aus den folgenden zwei Gründen der Fall. Erstens, wenn das Gerät einige Fehler aufweist, die das Problem verursachen. Im zweiten Fall habe ich versucht, den Bootloader zu entsperren, um ein benutzerdefiniertes Realm zu flashen. Aber Sie entsperren den Bootloader nicht auf präzise Weise. Im Allgemeinen wird dieses Problem als Bootloop bezeichnet und erfordert die Hilfe eines erfahrenen Technikers. Häufige Probleme im Zusammenhang mit Vivo Y15S, 2015. Wenn dies der zweite Fall ist, empfehlen wir Ihnen daher dringend, sich an einen Fachmann zu wenden, um dieses Problem zu lösen. Wie behebt man Realm Natso 50 pro Stück auf dem Startbildschirm? Drücken Sie lange die Ein-Aus-Taste plus Lauter-Taste, um das Telefon auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein. Zweitens können Sie versuchen, in den abgesicherten Modus zu booten. Aktualisieren Sie auf das neueste Firmware-Update. Löschen Sie die Cache-Partition des Telefons. Löschen Sie alle Daten mit Hard Reset. Besuchen Sie das nächstgelegene Realm-Pflegezentrum. Realm Natso 50 pro Überhitzungsproblem Beheben Sie das Problem mit der Telefonheizung. Überhitzungsprobleme können aus verschiedenen Gründen auftreten. Das häufigste Szenario ist jedoch, dass Sie das Gerät überladen haben oder einige Stunden lang Spiele gespielt haben. Abgesehen davon gibt es einige Benutzer, die die Hitze auf der Rückseite bemerken. Hier sind die folgenden Tricks, mit denen Sie Erwärmungsprobleme auf Realm Natso 50 pro leicht vermeiden können. Wie behebt man das Heizproblem des Realm Natso 50 pro? Überladen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie das Originalladegerät von Realm. Sie können das System neu starten, indem Sie auf Neustartvorgang fortsetzen klicken. Deaktivieren Sie Wi-Fi, GPS-Standort und Bluetooth, wenn Sie nicht benötigt werden. Schließen Sie alle unnötigen Hintergrund-Apps. Schließlich können Sie nach Systemaktualisierungen suchen. Problem beim Herstellen einer WLAN-Verbindung auf dem Realm Natso 50 pro Beheben Sie das WLAN-Problem im Telefon Heutzutage ist das Internet so ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden, dass wir in einem Fall nicht mehr darauf verzichten können. Außerdem erhalten Sie verschiedene Informationen und erstaunliche Memes, die Ihren Tag glücklich machen werden. Aber aus irgendeinem Grund kann das Telefon keine Verbindung zu Wi-Fi herstellen. In diesem Fall können Sie zu den Quick-Fix-Optionen für Ihre Realm Natso 50 pro Wi-Fi-Verbindung laufen. Hier sind die Wege. Wie behebt man das Realm Natso 50 pro Wi-Fi-Problem? Starten Sie das System neu, um die Verbindungseinstellungen zu aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb der WLAN-Reichweite befinden. Vergessen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und verbinden Sie es erneut. Ändern Sie, ob es ein Problem mit dem Router oder Modem gibt. Untersuchen Sie das WLAN-Verbindungskabel sorgfältig. Schließlich können Sie versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Wie behebt man, dass Realm Natso 50 pro die Verbindung zum WLAN immer wieder trennt? Wenn das WLAN auch nach dem Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen weiterhin getrennt wird, können Sie die nächste Methode ausprobieren. Halten Sie WLAN-Optionen gedrückt. Drücken Sie die Einstellungstaste für das bevorzugte Netzwerk. Wählen Sie weitere Optionen anzeigen aus. Ändern Sie die IP-Einstellungen von DHCP auf Statisch. Versuchen Sie schließlich, sich wieder mit Ihrem bevorzugten Netzwerk zu verbinden. Apps werden in Realm Natso 50 pro nicht aus dem Google Play Store heruntergeladen. Beheben Sie Probleme beim Herunterladen von Apps aus dem Play Store. Im Allgemeinen werden Sie keine Schwierigkeiten haben, Anwendungen über den Google Play Store zu aktualisieren und zu installieren. Wenn Sie jedoch während des Installations- oder Aktualisierungsvorgangs eine Fehlerbehebung erhalten, bietet der nächste Abschnitt schnelle Lösungen. Also, ohne weitere Umschweife, fangen wir an. Wie behebt man, dass Realm Natso 50 pro keine Apps im Google Play Store installiert oder aktualisiert? Überprüfen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. Starten Sie das Gerät neu, um dieses Problem zu beheben. Gehen Sie zu Einstellungen Apps Google Play Store Speicherdaten löschen und Cache leeren. Wenn der obige Schritt nicht funktioniert, erzwingen Sie das Stoppen der Google Play Store App. Einstellungen Allgemeine Verwaltung Datum und Uhrzeit Automatisches Datum und Uhrzeit aktivieren. Überprüfen Sie, ob das Gerät über genügend internen Speicherplatz verfügt oder nicht. Entfernen Sie alle Google-Konten und melden Sie sich mit Ihrem primären Gmail-Konto an. Realm Natso 50 pro Bluetooth Probleme Beheben Sie das Bluetooth-Problem des Telefons Früher war Bluetooth die einzige Möglichkeit, Daten drahtlos zu übertragen. Aber heutzutage ist Bluetooth grundsätzlich schwierig, verschiedene Geräte zu verbinden. Obwohl es ein häufiges Problem ist, Bluetooth nicht mit einem neuen Gerät zu verbinden. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn wir haben alle Tricks behandelt, die Ihnen helfen, Bluetooth auf sehr einfache Weise mit Realm Natso 50 Pro zu verbinden. Wie behebt man das Bluetooth-Pairing-Problem auf Realm Natso 50 Pro? Bringen Sie die Benachrichtigungsleiste herunter Schalten Sie Bluetooth aus und verbinden Sie es erneut. Aktivieren Sie den Flugmodus über das Benachrichtigungsfeld und schalten Sie ihn aus. Starten Sie Realm Natso 50 Pro einmal neu. Entkoppeln Sie das Gerät und suchen Sie erneut nach dem Gerät. Gehen Sie zu Einstellungen, Anwendungen, Filteroptionen, System-Apps, Anzeigen aktivieren, Bluetooth-Speicher-Cache leeren. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Ihrem Telefon kompatibel ist. Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Smartphone oder Bluetooth-Gerät herzustellen. Sie können auch versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Aktualisieren Sie auf das neueste Firmware-Update. Realm Natso 50 Pro Text Nachrichten werden nicht gesendet. Problem mit Telefonnachrichten beheben Das Android-Ökosystem bietet viele Anwendungen, über die Sie problemlos mit Ihren Lieben kommunizieren können. Häufige Probleme im Zusammenhang mit Samsung Galaxy Note 20 5G. Außerdem können Sie ein Gespräch mit Ihren Freunden und Ihrer Familie beginnen. Aber aus irgendeinem Grund wird die Textnachricht, SMS, nicht an den Kontakt gesendet oder Sie erhalten eine Fehlerbehebung. Befolgen Sie in diesem Fall diese Anleitung. Wie behebt man, dass Realm Natso 50 Pro keine Textnachrichten, SMS, senden kann? Starten Sie zuerst Ihr Gerät neu. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist. Überprüfen Sie Ihre Mobilfunknetzverbindung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunkanbieter einen ausgehenden SMS-Dienst hat. Drücken Sie lange auf die Nachrichten-App tippen Sie auf Stopp erzwingen. Löschen Sie die Daten und den Cache der Nachrichten-App. Setzen Sie die Netzwerk-Einstellungen zurück, um einfach Textnachrichten zu senden. Wenn der obige Trick nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. So löschen Sie den Cache und die Daten der Nachrichten-App. Tippen und halten Sie die Nachrichten-App. Klicken Sie auf Anwendungsinformationen. Klicken Sie auf Speichercache löschen und Daten löschen. Netzwerkproblem in Realm Natso 50 Pro Telefon-Netzproblem beheben Es ist ein sehr häufiges Problem, dass Realm Natso 50 Pro kein Netzwerk anzeigt, zum Beispiel kein Netzwerk verfügbar oder SIM-Karte nicht registriert. In diesem Fall können Sie die folgenden Schritte überprüfen. Wie behebt man, dass das Internet auf Realm Natso 50 Pro nicht funktioniert? Starten Sie Ihr Realm Natso 50 Pro Smartphone neu. Setzen Sie die SIM-Karte erneut ein, um Netzwerke von Anfang an zu aktivieren. Aktivieren und deaktivieren Sie den Flugmodus, um Netzwerke für einige Sekunden einzuschränken. Wechseln Sie in den abgesicherten Modus, um den Zugriff von Drittanbieter-Apps zu vermeiden. Setzen Sie die Netzwerkverbindungseinstellungen zurück. Hier sind einige erweiterte Optionen. Erster überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts. Öffnen Sie die Einstellungen in Netzwerk- und Internetmobilfunknetz. Erweitert suchen Sie nach Netzwerk automatisch auswählen und schalten Sie es ein. Zweiter deaktivieren Sie den Roaming-Modus. Gehen Sie zum Einstellungsmenü. Klicken Sie auf Netzwerk- und Internetmobilfunknetz. Deaktivieren Sie die Roaming-Option. Realm Nat 250 Pro-Kamera Probleme Problem mit der Telefonkamera beheben Die Kamera-App funktioniert manchmal nicht und bleibt auf dem Kamera-App-Bildschirm hängen und nimmt keine Bilder auf. Darüber hinaus funktioniert die native Kamera-App nicht richtig, während Sie die Momente Ihres Lebens festhalten. Abgesehen davon können Kameraprobleme auch aufgrund von Fehlerproblemen auftreten. In dieser Szene empfehlen wir Ihnen, dem Lösungsabschnitt zu folgen. Wie behebt man Kameraprobleme bei Realm Natso 50 Pro? Gehen Sie zum Setup-Menü. Wählen Sie Anwendung verwalten. Suchen Sie die Kamera-App. Gehen Sie in Richtung der Speicher-Option. Tippen Sie auf Cache löschen und Daten löschen. Gehen Sie zurück und klicken Sie auf Stopp erzwingen. Finden Sie das neueste Android-Update. Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Realm Natso 50 Pro schaltet sich plötzlich aus und nicht ein. Beheben Sie das Problem beim Neustart des Telefons. Das Problem tritt normalerweise auf, wenn die Firmware einen Fehler oder Malware enthält. Es kann auch passieren, wenn die inneren Teile des Smartphones beschädigt sind. Im schlimmsten Fall müssen Sie Ihr Gerät zum nächsten Service-Center bringen, um Realm Natso 50 Pro wieder zum Laufen zu bringen. Wie behebt man, dass Realm Natso 50 Pro immer wieder zufällig heruntergefahren wird? Überprüfen Sie, ob der Telefon physische oder flüssige Schäden aufweist. Wenden Sie Force Restart an, indem Sie die Leiser Plus ein Austastig gedrückt halten. Wenn das immer noch nicht funktioniert, schließen Sie das Gerät an, um es aufzuladen, und versuchen Sie dann einen erzwungenen Neustart. Hinweis, wenn es sich um einen physischen oder Software-Schaden handelt, empfehlen wir Ihnen, so schnell wie möglich einen Fachmann aufzusuchen. Realm Natso 50 Pro startet immer wieder neu. Beheben Sie das Problem, dass das Telefon immer wieder neu gestartet wird. Das Realm Natso 50 Pro ist ein anständiges Smartphone und das Unternehmen leistet großartige Arbeit und bietet großartige Funktionen. Wenn Ihr Gerät jedoch immer wieder neu startet, liegt dies höchstwahrscheinlich an der Firmware oder den Einstellungen der Benutzeroberfläche. Wenn sich die Maschine in der Garantiezeit befindet, empfehlen wir Ihnen, Ihre Einheit so schnell wie möglich auszutauschen. Vielen Dank.